Wenn ich versuche mit einem Bogen durch die Füße von einem Wither Skelett zu schießen, komme ich nicht durch. Auch bei einem Hund ist die Hitbox auch unter den Füßen. Bei einem Skelettpferd kann ich auch nicht durch die Füße schießen, auch von der Seite nicht. Durch die Creeperbeine funktioniert das Ganze leider ebenfalls nicht. Und ein Enderman teleportiert sich einfach weg, wenn ich versuche ihn zu treffen. Das ist also auch unmöglich.